Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Einfachrecht, Antworten auf Fragen rund ums Arbeitsrecht. Heute geht es um ein Thema, was man so unter die Überschrift stellen könnte. Der Arbeitnehmer zeigt den Arbeitgeber an, verrät Geheimnisse des Arbeitgebers und wird dafür auch noch geschützt. So könnte man das Ganze betrachten, wenn man sich die Gesetzgebung und Änderungen im Jahr 2023 anguckt. Denn zum Thema Whistleblower-Schutz ist im Dezember noch ein aktuelles Gesetz verabschiedet worden, was gerade unter diesem Gesichtspunkt bestimmte Arbeitnehmer schützt, wenn es darum geht, Internas aus den Unternehmen trotz Verschwiegenheitsklausel, trotz Geheimhaltungsverpflichtungen im Arbeitsvertrag, die dann doch an die Öffentlichkeit gegeben worden sind. Mein Name ist Sandro Wulff, ich bin Rechtsanwalt und Fachanwalt für Arbeitsrecht. Durch das Europäische Parlament ist mit der EU-Richtlinie zum Schutz von Personen die Verstöße gegen das Unionsrecht melden, also der EU-Richtlinie vom 23.2019 aufgegeben worden, dass die Unionsländer in ihren nationalen Regelungen aufnehmen, dass das dann auch bis zum 17. Dezember 2021 umgesetzt ist. Und diese Richtlinie, die natürlich auch für den deutschen Gesetzgeber galt, ist nicht im Jahr 2021 umgesetzt worden. Und kurz vor dem Jahreswechsel hat der Bundestag dann das sogenannte Whistleblower-Gesetz beschlossen, offiziell heißt das Hinweisgeberschutzgesetz, mit wichtigen Regelungen, die Arbeitnehmer schützen und die von den Unternehmen zu beachten sind, weil es ja nicht nur um den Schutz der Mitarbeiter geht, sondern auch um weitergehende Verpflichtung des Arbeitgebers. Das heißt, er muss entsprechende Meldestellen einrichten und so weiter und so fort. Also das ist ganz wichtig. Aus einem anderen Gesichtspunkt ist das aber auch eine spannende Geschichte, weil sehr häufig eben gerade dieses Herausgeben von Informationen aus dem Bereich des Unternehmens heraus in die Öffentlichkeit dazu geführt hat, dass Abmahnungen oder auch insbesondere Kündigungen ausgesprochen worden sind, weil doch Unternehmen sehr sensibel sind, wenn interne Informationen herausgegeben werden, die vielleicht sogar auch zum Nachteil für das Unternehmen sein könnten. Und deswegen hat man dieses Thema Whistleblowing, sprich also auch Schutz der Personen, die also solche Verstöße der Unternehmen gegen rechtliche Vorgaben melden, dass die also auch geschützt werden sollen. Ja, was heißt Whistleblower? Ein Whistleblower, so zumindest im deutschen Sprachraum, bezeichnet als Hinweisgeber, als Enthüller oder als auch Aufdecker. Das heißt also, der Informationen gewonnen hat aus geheimen oder geschützten Quellen, ja in einem Zusammenhang hier mit dem Arbeitsverhältnis und diese Informationen dann in die Öffentlichkeit bringt. Und das ergibt sich schon, dass aus dieser Natur heraus ein Konfliktpunkt entsteht zwischen Arbeitnehmer und Arbeitgeber, wenn denn der Arbeitnehmer hier Verstöße des Unternehmens nach draußen bringt und das Unternehmen natürlich daran kein Interesse hat. Und deswegen ist es, weil es zu dieser Offenlegung von Geheimnissen und der Frage Geheimhaltungsinteresse des Arbeitgebers und Offenlegungsinteresse des Mitarbeiters, weil es gerade dazu doch eine Menge Konflikte und auch Urteile gab, die dann immer im Einzelfall von den Gerichten bewertet werden mussten, wollte man eine Regelung schaffen. Und danach ist es so, dass also diese Personen zu schützen waren. Um die Historie sich da anzugucken, ist es so, dass vor dieser gesetzlichen Regelung der Arbeitnehmer nicht schutzlos war. Aber die Regelungen waren recht unbestimmt. Man hat zurückgegriffen auf das allgemeine Maßregelungsverbot des Paragrafen 612a BGB und hat versucht, auch da dem Arbeitgeber Grenzen zu setzen. Das Bundesarbeitsgericht hat dann in solchen Fällen mit dem Benachteiligungsverbot agiert und hat also immer geprüft, ist das noch verhältnismäßig, ist das unverhältnismäßig, was der Arbeitgeber im Ergebnis dessen getan hat, wenn der Arbeitnehmer geheimen Informationen des Unternehmens nach außen gebracht hat. Und diese klaren Leitlinien, die man immer erwartet hat vom Bundesarbeitsgericht, die sind nicht vom BRG im Urteil festgeschrieben worden. Und ja, so blieb das immer so ein gefährliches Spiel vor den dann entscheidenden Gerichten, weil die Mitarbeiter nie wussten, wie weit konnten sie gehen. Also eine gewisse Furcht vor wirtschaftlichen und sonstigen Repressalien des Arbeitgebers. Und Arbeitgeber wiederum aber auch nicht wussten, wie viel müssen sie dulden, was ist zulässig und was ist dann unzulässig. Also was ist im Rahmen der Abwägung zwischen Geheimhaltungsinteresse des Arbeitgebers und dem vielleicht berechtigten Interesse des Arbeitnehmers, was ist da schützenswerter. Und diese Unsicherheiten und diese Unklarheiten, das war etwas, was dann doch die Gerichte beschäftigt hat, was in der Praxis, auch in der Beratung nicht ganz so einfach war, weil eine allgemeine Regelung vorzugeben und auch im Rahmen von Vorgaben und Richtlinien, sogenannte Leitplanken in die Unternehmen einzuziehen. Ja, so ganz rechtssicher war das nicht machbar. Ja, man hat zwar versucht, den Rahmen so rechtssicher wie möglich zu ziehen, aber auf beiden Seiten blieben da doch erhebliche Zweifel, wann wer im Recht ist. Und neu ist, dass die Motivation des Arbeitnehmers in diesem Gesetz, welches dann doch Ende 2022 nun verabschiedet worden ist vom Bundestag. Ja, also der Bundestag hat also mit der Umsetzung zugestimmt und nun tritt also sehr wahrscheinlich im April 2023 das neue Whistleblower-Gesetz, also offiziell Hinweisgeberschutzgesetz, in Kraft, wonach eben Unternehmen und Organisationen mit mindestens 50 Beschäftigten dafür Sorge tragen müssen, dass Hinweisgeber auf Missstände hinweisen dürfen und wenn sie das getan haben, dass sie danach besser geschützt sind. Und hat das Unternehmen weniger als 250 Beschäftigte gilt eine Übergangsfrist, wodurch sie die Regeln erst ab dem 17. Dezember 2023 beachten müssen. Also mehr als 250 Beschäftigte sollten ohnehin schon entsprechende Compliance und Regeln in den Unternehmen haben und auch Anlaufstellen geschaffen haben. Insbesondere wenn Betriebsräte vorhanden sind, dann gelten da ohnehin schon besondere Vorgaben. Aber auch bei Unternehmen, die mindestens 50 Beschäftigte haben, die müssen also wirklich schauen, dass sie dann das relativ schnell umsetzen. So, zu den Pflichten infolge des Whistleblower-Gesetzes gehört das Einrichten einer internen Meldestelle. Also nicht nur der Staat muss eine externe Meldestelle schaffen, wo sich die Beschäftigten dann staatlicherseits hinwenden dürfen und können, sondern auch das Unternehmen muss in den besagten Fällen eine interne Meldestelle schaffen. Meldungen zu Missständen müssen Hinweisgeber dort anonym und auf verschiedene Weise einreichen können. Und hier ist der Punkt E-Mail. Ja, persönlich, telefonisch, da darf man dann sich das mal genauer angucken, wie man das dann regeln möchte, weil es müssen, diese Hinweisgeber müssen auch Rückmeldungen erhalten, nämlich nach sieben Tagen müssen die seine Eingangsbestätigung bekommen und nach drei Monaten müssen sie eine Meldung erhalten, was aufgrund ihrer Meldung eigentlich passiert ist. Wie ist da das Unternehmen vorgegangen? Und zugleich, und das ist in dieser gesetzlichen Regelung auch festgeschrieben, ist es so, dass der Hinweisgeber eben vor Nachteilen geschützt werden soll. Das heißt, dieser Schutz vor Nachteilen hat sich in der Form im Gesetz festgeschrieben, dass man eine Beweis-Umlast-Care aufgenommen hat. Wird einem Mitarbeiter zum Beispiel gekündigt, muss der Arbeitgeber deshalb beweisen, dass dies ohne Zusammenhang mit diesem Hinweis erfolgte. Also Whistleblower erhalten da einen besonderen Schutz. Hier ist es also so, früher musste der Arbeitnehmer doch mehr darlegen. Jetzt ist es so, dass der Arbeitgeber darlegen muss, dass die Kündigung damit nichts zu tun hat. Früher musste der Arbeitnehmer nachweisen, ja, pass mal auf, ich bin ja nur gekündigt, weil ich diesen Tipp, weil ich diese Meldung gemacht habe. Und das ist dem Arbeitnehmer doch sehr schwer gelungen. Und jetzt ist es so, dass man gesagt hat, gerade weil es dem Arbeitnehmer so schwer gelungen ist, muss der Arbeitgeber das nachweisen, dass eben eine solche Kündigung, dass die nichts damit zu tun hat, dass da also ein solcher Hinweis gegeben worden ist. Und zweitens ist es so auch, dass der Whistleblower zu dem und nebenher einen Anspruch auf Schadensatz und Schmerzensgeld hat, wenn der Arbeitgeber hier mit arbeitsrechtlichen Sanktionen agiert hat. Jetzt stellt sich die Frage, naja, okay, aber wie ist das denn eigentlich, wenn der Arbeitnehmer einen realen, wirklichen, nachweisbaren Missstand gemeldet hat? Dann ist er geschützt an dieser Stelle und dann darf er deswegen und nur deswegen nicht gekündigt werden. Wenn es andere Verpflichtungen gibt, die verletzt worden sind, dann bleibt es bei den allgemeinen Grundsätzen, die wir im Kündigungsschutzgesetz zum Beispiel haben oder eben auch im Kündigungsrecht. Fraglich ist es aber, wenn der Arbeitnehmer gutgläubig eine Information erhalten von einem Dritten und ist darüber aufgemacht, hat gesagt, Mensch, das können wir doch, das muss doch die Öffentlichkeit wissen, das kann man doch nicht so lassen, wir müssen noch den oder die schützen und meldet das Ganze nun. Aufgrund dieser Meldung ist es so, dass das Unternehmen in die Presse gerät oder dass andere Maßnahmen eingeleitet werden und dann stellt sich heraus, dass diese Meldung falsch war, dass es eine Falschmeldung war und damit das Unternehmen erheblichen Schaden erlitten hat. Dann ist es umgekehrt auch immer so gewesen, dass das Unternehmen auch einen Schadenersatzanspruch gegenüber dem Mitarbeiter hatte, wenn der solche Informationen nach außen gebracht hat und die waren nicht wahr. Und auch da ist es so, dass dieses Gesetz nunmehr sagt, dass Hinweisgeber auch dann geschützt sind, wenn diese Meldung, die sie abgegeben hat, gutgläubig erfolgte. Wenn sie also davon überzeugt waren, dass das, was sie dort mitgeteilt haben, der Wahrheit entspricht, nur wenn sie vorsätzlich, also bewusst willens, ja, sie wissen, dass die Meldung falsch ist und trotzdem bringen sie sie raus, dass es vorsätzlich oder grob fahrlässig, sie hätten es erkennen können, dass es falsch ist und haben aber trotzdem diese Meldung rausgebracht, obwohl es sich gerade aufgedrängt hat, dass diese Meldung nicht richtig sein kann. Nur wenn also solche vorsätzlichen oder grob fahrlässigen, falschen Hinweise gemacht worden sind, dann haftet der Hinweisgeber weiter auf Schadenersatz. Und damit soll ein Unternehmen vor einem Missbrauch geschützt werden, weil zum einen natürlich nicht jede Meldung, die nach draußen gegeben werden kann und wenn sie dann unwahr ist, nur den Mitarbeiter schützen darf und das Unternehmen schädigt. Aber zum anderen ist es so, wenn der Mitarbeiter gutgläubig war, ja, dann soll er letztendlich nicht mit einem Schadenersatzanspruch überzogen werden. In der Praxis wird hier spannend werden, wie man diesen Beweis erbringen will, dass das nicht gutgläubig war. Denn auch hier ist die Darlehrungslast dann beim Arbeitgeber, wenn der sagt, pass mal auf, diese Meldung, die der Mitarbeiter abgegeben hat, die war falsch, ja, und dann sagt der Mitarbeiter, ja, aber ich war doch gutgläubig und beschreibt wieso, weshalb und warum. Und wie widerlegt der Arbeitgeber jetzt diese Gutgläubigkeit? Ist ja eine subjektive Komponente, etwas, was sich am Kopf des Mitarbeiters abgespielt hat. Und jetzt muss er reingehen und gucken und sagen, ja, pass mal auf, hier sind Tatsachen anhand derer, du hättest das wissen müssen, das hätte sich bei dir aufdrängen müssen. Und dann müssen die Gerichte beurteilen, ob die Gutgläubigkeit dann nach objektivem Verständnis nach dem Empfängerhorizont dann auch tatsächlich noch angenommen werden darf. Also das sind so spannende Geschichten. Hier spielt natürlich auch die Frage des Datenschutzes mit rein, weil bei dem Thema wieder diskutiert worden ist, dürfen anonyme Meldungen abgegeben werden oder dürfen nur individualisierbare Meldungen, sprich also auf die Person zurückführbare Meldungen abgegeben werden. Da ist im Vorfeld schon viel diskutiert worden, weil natürlich Datenschutzgrundverordnung zu beachten ist und insofern auch die anonyme Meldung zulässig sein soll. Das darf man sich dann anschauen, wie das Ganze in der Praxis umgesetzt wird. Im Klartext und als Praxistipp heißt das, die Unternehmen müssen sich darauf einstellen. Es müssen klare Abläufe geschaffen werden. Das kann man auch nicht nur in Verbindung mit dem in § 5 Arbeitsschutzgesetz sowieso vorgeschrieben eine Gefährdungsbeurteilung machen. Hier kann man also auch letztendlich die Dinge ein Stück weit miteinander verbinden. Man kann also auch Vorteile herausziehen bei der Gestaltung, dass man die Abläufe nochmal prüft und dann auch genauer vorgemacht, was unterricht der Verschwiegenheit, was darf wirklich rausgegeben werden, unter welchen Umständen darf doch was rausgegeben werden. Dann bitte eine interne Meldestelle, weil was intern im Unternehmen dann gemacht wird, ist immer noch besser, als wenn es an eine externe Meldestelle geht. Klare Abläufe, klare Ansprechpartner, Einbindungen der Mitarbeitervertretung, all das. Da darf man hingucken. Man hat noch ein bisschen Zeit, das zu gestalten. Deswegen an jedes Unternehmen zu appellieren, mit der Personalabteilung hier ganz klare Regelungen aufzustellen und das dann auch im Unternehmen, den Mitarbeitern vorzustellen, damit dort die Mitarbeiter auch wissen, wo können sie an welcher Stelle welchen Ansprechpartner mit solchen Hinweisen kontaktieren. Wenn du Fragen hast zur Umsetzung, wenn du Hilfe brauchst bei der Umsetzung, weil das so im Einzelnen und Konkreten in den Unternehmen natürlich sich angeguckt werden muss und hier nicht so pauschal in diesem Podcast beantwortet werden kann, dann melde dich gerne bei uns unter der E-Mail-Adresse info-at-kanzlei-wulf.de. Schau auch gerne bei uns auf die Homepage, auf unseren Blog. Da wirst du auch noch Details finden können, wenn es auch um die Fragen Datenschutz-Arbeitsrecht geht. Insbesondere ist mein Team Arbeitsrecht für dich da. Wie gesagt, guck auf den Blog auch gerne unter www.kanzlei-wulf.de und schreib uns gerne, wie gesagt, per E-Mail oder auch auf den sozialen Netzwerken. Und dann können wir, wenn du mit uns Kontakt aufnimmst, dir auch bei Fragen gerne helfen. Das war's für die heutige Folge, die zweite Folge im Jahr 2023. Und ich freue mich, wenn du zugleich diese Folge bewertest, wenn du sie abonnierst, beziehungsweise auch hier auf der Podcast-Plattform, wo du das Ganze hörst, dann für dich kennzeichnest, dass du dann auch nächste Woche dabei bist, wenn ich die Folge wieder ins Netz bringe und es dann wieder heißt, herzlich willkommen zu Einfachrecht, Antworten auf Fragen rund ums Arbeitsrecht. Bis dahin, dein Sandro Wulf, Rechtsanwalt und Fachanwalt für Arbeitsrecht.